Ein herzliches Willkommen zum Pressegespräch nach dem Einspiel unserer Händelglauen gegen den BFC Dynamo, welches mit 2 zu 0 für unsere Händelglauen endete. 6.233 Zuschauer sahen ein intensives Spiel der beiden Mannschaften. Wir begrüßen die anwesenden Pressevertreter sowie die Gäste in den Wippräumlichkeiten. Neben mir sitzen die beiden Cheftrainer, René Riedlewitz vom BFC Dynamo und David Bergner von uns in Himmelblauen. Wie immer, der Gäste ist mir das erste Wort. Herr Riedlewitz, bitte. Ja, guten Abend. Ich denke, wir haben eine gute Kulisse gehabt hier. Es hat Spaß gemacht, war sehr schön, war Fußballstimmung. Wir wollten wenig zulassen. Das haben wir in der ersten Halbzeit geschafft, haben selber eine gute Möglichkeit gehabt. Wir sind dann natürlich durch den Sonntagsschuss in den Rückstand geraten. Das war ärgerlich. Aber noch ärgerlicher war, dass in so einer Fußballatmosphäre, wie sie hier war, dass wirklich dann jede Kleinigkeit für meine Jungs quasi mit Geld bestraft worden ist. Da haben wir in der ersten Aktion, da sieht der Schäppny den Gegenspieler gar nicht. Beim zweiten Mal fällt er über den Lampach drüber und kriegt Geld. Das ist natürlich ärgerlich und wenn der Pfarrer nicht noch hingeht und sagt, das war kein Elfmeter, dann kriegen wir sogar noch einen Elfmeter gegen uns und eine gelbe Karte. Und das ist halt dann nicht so schön, wenn so ein Schiedsrichter in so einem Spiel dann eben nicht diesen Fußball mitlebt, sondern dann meint, er muss dann irgendeinem gefallen. Das war ärgerlich für meine Jungs. Ansonsten in der zweiten Halbzeit war es dann auch so, dass wir drei sehr, sehr gute Möglichkeiten hatten. Davon hat zweimal der Torhüter des Gegners sehr, sehr gut gehalten, also wirklich stark gemacht. Jetzt bleibt uns nur, dass wir gratulieren können. Allzu viel Zeit zum Nacharbeiten haben wir ja nicht, weil wir ja auch die einzige Mannschaft sind, die jetzt alle drei Tage spielen muss zur Saisonungsstart, was genauso ärgerlich ist. Und deswegen noch mal Glückwunsch an den Gegner und wir bereiten uns jetzt auf unser nächstes Spielvortrag. Vielen Dank, Herr Hildewitz. David, deine Einschätzung bitte zum Spiel. Ja, erstmal hallo, schönen guten Abend. Ja, ich denke, wir sind sehr, sehr froh, dass wir die beiden Heimspiele in dieser neuen Liga erfolgreich gestalten konnten. Ja, wir hatten halt eine Idee und ich denke, das hat man in den ersten Minuten gesehen, dass natürlich das noch nicht alles aufgeht in der Spieleröffnung, dass der eine oder andere Fehlpasta kommt. Dieses Risiko mussten wir auch eingehen. Ich denke, wie René schon sagte, so ein Tor macht der Tobi sicherlich nicht jeden Tag. Wir nehmen es gerne mit. Trotzdem haben wir gewusst, dass der Gegner bei Ecken zwei vorne lässt und der Raum war frei. Deswegen haben wir den Tobi dahingestellt, dass er natürlich so trifft. Es ist umso schöner, dass sowas nachher noch aufgeht. Die beiden Chancen, die wir in der ersten Halbzeit zugelassen haben, waren letztendlich nachher Produkt der Fehler, die wir gemacht haben. In der zweiten Halbzeit war das in meinen Augen ein ausgeglichenes Spiel. Alles können wir nicht verteidigen. Das waren drei Fernschüsse, die der Huber zweimal richtig gut gehalten hat. Das muss man sagen. Zu der Situation von Daniel Fragen kann ich nicht sagen, weil ich es nicht 100% gesehen habe. Das war von meinen Augen noch ein Stück zu schnell. Das ist eher die, dass er bei der Situation, bei dem Spielstand diese Situation angesagt hat, dass er ihn nicht getroffen hat. Und so schöner ist es natürlich, dass der Paul, der eingewechselt wurde, dann nachher den Deckel drauf gemacht hat. Ich denke, es war eine tolle Atmosphäre hier in Chemnitz. Es hat von der ersten Minute an sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dazu hat der Gegner natürlich auch beigetragen, ein ordentliches Fußballspiel hier abzuliefern. Wir sind die glücklichen Gewinner. Und der René hat es gesagt, wir haben jetzt auch in drei Tagen wieder das nächste Spiel in Badelsberg. Wir müssen erst mal zusehen, dass wir so schnell wie möglich alle wieder an Bord bekommen. Schönen Dank. Vielen Dank, David. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Hierfür bitten wir um ein kurzes Handzeichen. Das ist nicht der Fall. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Dem BFC wünschen wir für die restliche Saison noch ganz viel Erfolg. Und wir sehen uns hier wieder am 25.08. Dann ist der VfB Auerbach zu Gast. Verzeihung. Schönen Abend noch. Dann ist der VfB tun. Dann ist der VfB geobacht. In der VfB Auerbach zu Gast. Und der VfB ist der VfB.